Sauerstoff bei 20 Prozent. Die Erde kann sich heilen, das dauert nur etwas. Wir haben seit drei Jahren nichts lebendes mehr gesehen. Hallo? Wartet! Nein, 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 nein! Wer verdammt nochmal seid ihr? Ich kenne deinen Mann. Er hat mich als Beraterin hinzugezogen. Wenn sie Deid's Sauerstoffgenerator nachbauen kann, könnte sie ihn vielleicht noch verbessern. Wenn wir es nicht schaffen, sterben 25 Menschen. Ich muss mir diese Maschine ansehen, egal was du sagst. Hör auf! Nicht, 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 nicht! Du machst einen Fehler. Ich bin nicht euer Fall. Ich habe ihre Sauerstoffzufuhr gestürzt. Komm schnell! Denk an deine Tochter und tu das Richtige! Gib mir Luft! Wir müssen sie aufhalten. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Es ist ein wa peak. Ich bin nicht. Nee, keine gute Idee. Vielen Dank.